In den Kindertagesstätten Käferstube und Wunderwelt betreuen einfühlsame Erzieherinnen Kinder von drei Monaten bis zum Schuleintritt, an halben oder ganzen Tagen. Da schon in jedem kleinen Kind ein junger Forscher, Künstler und Konstrukteur steckt, stellen wir ihm in unseren Weltwissen-Kitas anregende Spiel- und Lerngelegenheiten zur altersgemäßen und spielerischen Entwicklung seiner Potenziale zur Verfügung. Die hier ermöglichten ersten Erfahrungen in den Sozial- und MINT-Kompetenzen, Mathematik, Literalität, Naturwissenschaft und Technik begleiten das Kind lebenslang. Egal ob ihr Kind Deutsch als Erst- oder Zweitsprache lernt, durch Immersion taucht es bei uns ganz natürlich in ein Sprachbad. Kompetent begleitet von Fachpersonen für die Sprachentwicklung. Die kindlichen Bedürfnisse nach Sicherheit, Vertrautheit, Freundschaft, Bewegung, Spielspaß und sein Wissenstrang bestimmen unsere Tagesstruktur. Hier in den Kitas, Käferstube und Wunderwelt werden nicht nur kleine Spreitenbacher groß. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.